So, wir sind hier in der Ortschaft Arcata, immer noch im Norden von Kalifornien. Nach einer erholsamen Nacht im bisher schlechtesten Hotel meiner Rundreise geht es weiter Richtung Süden, immer den Pazifik entlang, zum Humboldt National State Park, wo es auch wieder einige Redwoods zu besichtigen gibt. Und ich habe hier bei Tony's ein wunderschönes Frühstück gehabt, American Style Pancakes, my absolute favorite. Von außen her macht der Schuppen nichts her und auch innen drin sieht es sehr bescheiden aus, aber der Laden ist voll, die Bedienung ist sehr nett und man kann hier prima frühstücken. Typisch Roadside, amerikanisch. So, es geht Richtung Süden weiter. Wir fahren durch die Stadt Eureka hindurch, die größte Stadt an der Nordküste von Kalifornien. Und von da aus dann etwa noch 40 Minuten die Küste entlang zum Humboldt National State Park. Ja, das Wetter ist heute ein bisschen bescheiden, es ist auch ein bisschen Regen vorausgesagt, aber ich hoffe, die Schleusen bleiben dicht und es wird nicht regnen. Aber es ist nach wie vor sehr angenehm draußen, man kann auch mit T-Shirt rumlaufen. Ja, und ich hoffe, wir bekommen noch die Chance, ein bisschen Sonnenlicht zu tanken heute. Also dann, es geht weiter. Ja, und ich hoffe, wir bekommen noch die Küste, 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 die Küste.